so sieht doch tropisch schön aus oder schön pool baden wasserfall und wasserfall oder ein sprengbrunnen ich bin mir nicht sicher ob das klappen würde was haben wir denn alles dabei ich versuche mal was nicht wundern ich versuche was kleiner dann geht er wieder rein jetzt nicht so wunderschön aus kann man natürlich jetzt noch hier verbessern kann man denn vielleicht ja genau so wollte ich sagen genauso dann gehen wir mal schlafen okay und dann werden wir mal da alles mit feiern ausleuchten bevor uns dann noch irgend so ein scheiß creeper hallo kurze welt leck so höher die den 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 so ach facken m m m so was was für cool haben in den nix 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 die 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 hälfte ja hier darf das wieder haben jetzt brauchen wir sticks und wir brauchen brot die 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 beendet sieht eigentlich ganz schön aus so dann werden wir mal gucken ob wir denn überhaupt hier, äh, was wollte ich jetzt, scheiße, fackeln, ob wir ein paar Fackeln rankriegen, eine schicke Innenbeleuchtung hier, kann ja nicht immer so dunkel bleiben, hier am Eingang vielleicht auch, auf der Insel wäre natürlich auch ganz schick, hier haben wir eine Beleuchtung schon, brauchen aber noch vielleicht, äh, hier eine Beleuchtung, keine Ahnung, warte mal, ich kann noch, oh man, das ist eine viel schnelle Maus, ich kann auch einfach hier sagen, Ding, so, so, und so, das ist so eine Außengartenbeleuchtung, so eine, na, versteht ihr, das schon nacht an sehr gut leuchtet, haben wir da noch einen Teich, so, hier auch nochmal ein Stück, hier ist das ausgefallen, ach so, wegen Kies, so, kann man mal grad sagen, so, damit haben wir das, äh, ich find's traumhaft schön, gleich ein paar Screenshots, schönes Ding, sehr schön, schön, also ich freu mich, äh, es ist jetzt unser Sommersitz, hm, wir können jetzt natürlich nochmal in der Scheune nachgucken, und sonst wäre er eigentlich fertig, dann können wir schon das nächste Gebäude anfangen, oder erst mal anderen Müll machen, den wir jetzt, wozu wir vielleicht Lust haben, äh, das kommt nicht zu essen rein, das kommt zu Holz rein, nein, das ist Sand, das kommt ja überhaupt nicht rein, das ist hier, das Eisen, gebraten, die Eimer kommen am besten zur Tools, zu den Tools, das hier auch, das hier kommt nochmal zum Holz, das, das hier kommt zum Essen, und das zu dem Dreck hier, hier kommt mal was zu Sand, Granit-Diorit kommt hier rein, und noch eine Schaufel, als Tool, kommt da hin, Maschung, kommt zu Essen, das kommt zu Stein, na, dann ganz oben, wenn das voll ist, dann gehen wir mal zu unserem Bauernhof, zu unserem neuen Bauernhof, wir gucken einfach mal kurz da hin, ok, so, dann haben wir jetzt von AI, das Getreide wächst hier erstaunlich schnell, außer das Daumen, das wächst hier erstaunlich schnell, wir haben in ganz kurzer Zeit so viel Getreide geschaffen, das glaubt man gar nicht, ne, schön, die nächsten Kürbisse sind auch alle, in einer Reihe gewachsen, super, super, ich finde noch Melonen, und die kriegen wir eigentlich aus so einem Dschungelbiom, aber wir haben ja kein Dschungelbiom, aber müssen wir irgendwie Melonen herkriegen, oder auch eine Karotte von Zombie, ich weiß nicht, ob Zombies auch Melonen nehmen, aber, ich glaub nicht, aber, versuchen kann man ja mal, man kann ja mal gucken, was die so haben in der Hand, ne, oh man, der ist wieder falsch gewachsen hier, aber egal, das macht nix, das macht nix, wir haben 13 Kürbisse, schon wieder kein Huhn, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken hier, jetzt aber ein Huhn, nein, warum nicht, warum nicht, du bist immer noch alleine, ne, ich weiß, guck mal, alle Kürbisse sind hier schon da, Getreide ist auch schon fast alles da, nur du bist alleine, du tust mir leid, Hühnchen, aber bald bist du in einer großen Herde, damit mir hier keiner aus dem Beet trampelt, haben wir hier unten einen Kellerbesuch, Hühnchen, Ciao, Ciao, einfach nur ciao, Das, äh, hab ich jetzt nicht gesehen, was da unten lauert, ne, so, ansonsten läuft das, ja, und sonst haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser, boah, in 100 Folgen ungefähr, bis jetzt, glaube ich, 96 oder 95 oder 94, ne, ich glaube, 94 ist der Folge, ich bin mir nicht sicher, aber ich liebe es hier, das, das ist hier echt der schönste Ort, hier, schaut euch das an, ist das nicht schön, hier möchte ich am liebsten jetzt jeden Tag frühstücken, hier, das ist, ich möchte es in echt haben, das ist voll geil, das ist hier richtig geil, man, warum kann ich das nicht in echt haben, das ist schade, also hier hinten die Bar, auch für Besucher hier, Gäste, ne, falls wir Gäste haben, die können dann da nachbau schlafen, hier geht's dann, hier gibt's dann das Partyhaus, der Sommersitz, wobei der Sommersitz nicht so benutzt wird, wie ein normaler Sommersitz, ne, ähm, ja gut, dann gehe ich jetzt gleich mal erst mal Ränder anschneiden, und dann gehe ich mal kurz auf den Turm, mal sehen, wie das alles von oben aus ausschaut, die ganze kleine Insel, die wir da gut besetzt haben, ne, haben wir ja wirklich sehr gut besetzt, na gut, mal gucken, was wir da oben so finden, auf der Dia-Ebene, die ganzen Diaz hier, naja, können wir noch eine Bibliothek oder sowas reinmachen, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, alter, krass, wow, Respekt, Respekt an mich, schön, also das mit dem Pool, sieht zauberhaft aus, vielleicht noch so, 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 so ein Weg, von da nach, äh, zur, zur ersten Tür, vielleicht noch hier so ein bisschen rundherum, und dann haben wir es auch, ne, so, Getreide wächst auch, also wir haben hier schon so ein kleines Dorf hier aufgebaut, könnte man mal sagen, ne, der Friedhof da hinten, der ist, ja, ja, ist da, ne, ja, ist da, so, ähm, schön, ich finde es schön, ja, wie viel Rüstung, oh, die Rüstung lässt langsam nach, aber sie hält noch, dann tanze ich hier schon rum, ähm, wir können natürlich jetzt mal gucken, was wir auf dieser Seite hinbekommen, ich möchte eine Mühle haben, eine schöne Mühle, vielleicht da, so, am Ende des Tunnels, läuft er da unten durch, ähm, was haben wir noch, was können wir noch machen, boah, da gehen wir langsam auf, der die Ideen aus, wie gesagt, der Winter sitzt, der kommt noch, den wollte ich jetzt noch nicht, anfangen, der kommt da ins Gestein rein, dann müssen wir auch ein bisschen weiterlaufen, für den, tatsächlich möchte ich den aber jetzt noch nicht im Sommer bauen, vielleicht sogar erst im Winter, ich weiß es nicht, ähm, der schöne Sonnenuntergang, schön, und damit verabschiede ich mich auch, vielen Dank fürs Zuschauen der Aufnahmesession, die nächste Aufnahmesession wird die letzte, ähm, bis zur Folge 100, Folge 100, eine extra Folge, eine halbe Stunde lang, haben wir jetzt vorgenommen, vielen Dank fürs Zuschauen, und auf Wiedersehen, und da, Musik Musik